Warum wurde ich? Um dem Geist zu dienen. Was ist meine Bestimmung? Du sollst das Reich begründen. Das Reich begründen? Und doch welche Macht? Du sollst das wollen. Was soll ich wollen? Das, was du musst. Das Reich. Das Reich. Das Reich. Ein Weg gründen. Soll ich das Reich? Das Reich. Was hat dich auf diesen seltsamen Weg geführt? Das Reich. Auf was für einen seltsamen Weg? Ich bin Gott. Verblende du unsere Bücher. Das Wort wird dir in den Herzen brennen bis zum jüngsten Tage. Mein ist das Reich. Julia! So. Fahre den Heim, großer Kaiser, in Pracht und Ehren. Ach, Bruder. Lass uns diesen Abgrund nicht zu Ende denken. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Vielen Dank.